Herr Oberländer, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie das Zeug in die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Ja, natürlich. Sie heißen Ida Oberländer, 24 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig. Sie sind Studentin. Ja, ich bin Studentin. Ich studiere Jura und bin im sechsten Semester. Verwandt oder verschwägt mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein, aber ich kenne Justus trotzdem ziemlich gut, weil wir zusammen waren, wie Sie vielleicht auch schon gehört haben. Aber ich musste leider feststellen, dass er einfach wahnsinnig oberflächlich ist und nur Wert auf Materielles legt. Und da habe ich mich getrennt. So, und dieses Beziehungsaus, das soll ja dem Herrn von Eichstätt auf eine etwas ungewöhnliche Weise mitgeteilt worden sein. Ja, das stimmt. Ja, ich habe mich einfach so wahnsinnig geärgert über Justus. Und dann habe ich von dieser neuen Trennungsagentur gehört im Radio, habe da jemanden engagiert, der dann mit dem Schluss machen soll. Unter normalen Umständen hätte ich sowas wirklich nicht abgezogen. Also ehrlich nicht. Aber ich wollte Justus einfach mal zeigen, wie das ist, wenn man Nachrichten auch immer nur über andere erfährt. Warum war das bei Ihnen so? Ja, das war so. Er hat seinen Chauffeur vorgeschickt, um zum Beispiel Verabredungen mit mir abzusagen. Oder auch Verabredungen, die er schlichtweg vergessen hat. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Der hat mich so auf die Palme gebracht. Als es mir einfach nicht ernst war, Ida. Ich dachte, das hättest du doch eigentlich merken müssen. Ich dachte, du weißt das. Ach Justus, ey. Halt doch die Klappe. Ich weiß überhaupt nicht, was ich von so einem Typen überhaupt mal wollte. Die ganze Prallerei mit seinem Geld und überhaupt seine arrogante Haltung anderen Menschen gegenüber. Schon wie er Kellner im Restaurant oder seine Dienstboten behandelt hat. Das geht echt überhaupt nicht. Da schickst du mir dann den Trennungsdepp, um mir eins auszuwischen. Das war eine Riesenidee. Damit hast du es mir richtig gegeben. Also, ich weiß jetzt, dass Sie beide sich alles andere als grün sind. Zumindest nicht mehr. Ja, zu dem hier fällt mir eh nichts mehr ein. Ich hätte auch im Traum nicht damit gerechnet, dass er den Herrn Westermann direkt einer reinhaut. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, wo der auf einmal mit einer blutigen Nase angerannt kam. Wo sind Sie denn auf den Herrn Westermann getroffen? Ja, ich stand auf dem Parkplatz. Ich habe ihn gebeten, mich mitzunehmen, weil ich halt direkt wissen wollte, wie das mit dem Schlussmachen funktioniert hat. Ach so. Als Sie auf dem Parkplatz gewartet haben, haben Sie da irgendwas mitbekommen von dem Streit? Ja, ich hatte das Fenster ein Stück auf und dann habe ich auf einmal total lautes Gebrüll gehört. Ich wollte dann aussteigen, um zu sehen, was da los ist. Gerade, wo ich ausgestiegen bin, ist aber Herr Westermann auch schon angekommen. Wie lange waren da ungefähr weg? Keine Ahnung. Keine drei Minuten. Konnten Sie von dem Gebrüll, das Sie da gehört haben, irgendwas raushören, was da gesprochen wurde? Konnten Sie Stimmen zuordnen? Nee, leider nicht. Aber das muss Justus und Herr Westermann gewesen sein. Weil Herr Westermann hat mir ja auch darüber erzählt, dass Justus total ausgetickt ist. Haben Sie den Florian Buntlau irgendwo gesehen, als Sie damals auf dem Parkplatz gewartet haben? Ja, vom Weitem. Er stand auf dem Balkon im Personalaus. Aber ich kann Ihnen das auch gerne mal auf dem Bild zeigen. Wollt Sie eh gerade drum bitten. Ja, also ich stand ungefähr hier vor dem Geländer auf dem Parkplatz. Also vor dem Eingang, ja. Vor dem Eingang. Und ja, der Balkon ist hier. Und Florian stand halt hier am ersten Stock im Personalhaus und hat irgendwie an dem Geländer da rumgewerkelt oder so. Gut, nehmen Sie bitte wieder Platz. Haben Sie gesehen, ob der Herr Buntlau irgendwie mit dem Herrn Westermann in Kontakt gekommen ist? Nein. Und soweit ich weiß, kennen die sich auch überhaupt nicht. Das glaubst du. Ich weiß da was ganz anderes. Ich habe die beiden zusammen in der Stadt gesehen und die haben mit Sicherheit Ärger wegen Drogen miteinander bekommen. Das ist doch totaler Schwachsinn. Ich kann die Hand dafür ins Feuer legen, dass bei Flori, wo das Kokain gefunden wurde, dass das eigentlich von dir stammt oder sogar von deinem tollen Vater. Frechheit, ja. Das kann ich ja leider nicht beweisen, ne? Ja, eben. Na, jetzt nennst du ihn auch schon Flori. Du und deine Menschenkenntnis. Ihr seid ja sowieso berühmt-berüchtigt. Wenn deine Menschenkenntnis so riesig gewesen wäre, dann hättest du dir aber die Enttäuschung mit mir ersparen können. Tja, wer weiß. Aber vielleicht ist mir einfach nicht direkt aufgefallen, wie beschränkt du eigentlich bist, weil du mir erst wochenlang hinterhergerannt bist und mir schlussendlich auf Knien gebeichtet hast, wie verliebt du in mich bist. Und das ist so toll, sich auch mal intelligent unterhalten zu können. Ich weiß ganz genau, auf was für einen Gewäsch du abgefahren bist und das habe ich dir dann auch präsentiert. Da sind sie auch stolz drauf, oder wie? Ja, ich bin stolz drauf. Sie war eine von vielen. Ich habe von ihr genau das bekommen, was ich von ihr bekommen wollte. Ach, bitte jetzt. Wirklich, so mit so einem Thema hochgelobter Anstand und Benehmen ihre Sohne. Ich bin wirklich beeindruckt. Ja. Bei Justus liegen ein bisschen den Nerven blank, aber er muss sich ja hier auch Verleumdungen aussetzen und zwar übelst. Anstand kann man, wenn man nie so hat, immer halten. Da kann man sich dann auch mal im Ton vergreifen, Herr Kollege. Nein, Herr Kollege. Justus ist hier der Einzige, der hier Verleumdungen anstellt. Und seine Bemerkung von eben, damit hat er sich ja wohl nur selber ein Armutszeugnis ausgestellt. Ich glaube, das trifft eher auf Sie zu, Frau Oberländer. Wissen Sie, was ich denke? Ich denke, dass Sie mehr Zuneigung von meinem Sohn wollten und dass das hier ein ganzer Racheakt einfach nur ist von Ihnen. Tja, genau. Ja. Er hat sich zu wenig Zeit für Sie genommen. Und jetzt sitzen Sie hier und wollen ihm letztendlich den schwarzen Peter zuschieben. Ich sage Ihnen ganz genau, was der Grund dafür ist. Sie sind einfach enttäuscht. Es ist eine enttäuschte Liebe. Dazu kann ich jetzt wirklich nichts mehr sagen. Da fällt mir nichts mehr ein. Wirklich nicht. Noch Fragen an die Zeugin, dann bleiben Sie unvereidigt. Nehmen bitte hinten Platz. Berenike Schönborn, bitte. Berenike Schönborn, 25 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig. Was sind Sie vom Beruf? Ich habe im Moment noch eine Orientierungsphase und habe mich noch nicht so ganz entschieden. Aber ich will auf jeden Fall was in Richtung Mode machen. Also nehmen wir zu Protokoll ohne Beschäftigung. Verwandt, verschwägen wir im Angeklagten sind Sie nicht? Nein, aber ich bin mit Justus zusammen. Also wir sind heute hier bei Justus von Eichstätt. Der soll den Herrn Westermann mit einem Stein angegriffen haben. Und zwar aus dem Grund heraus, weil der Herr Westermann für eine Trennungsagentur gearbeitet hat. Und die Frau Oberländer hat ihm beauftragt, die Trennung von Herrn Eichstätt, dem Herrn Eichstätt mitzuteilen. Also davon ist kein Wort wahr. Ich habe das Gespräch von den beiden an der Haustür doch selber mitgekriegt. Das heißt, Sie waren an dem Tag bei den von Eichstätt. Richtig. Ich hatte nämlich bei Justus übernachtet. Wir saßen gerade am Frühstückstisch, als Herr Westermann an der Tür geklingelt hat und Justus zur Tür ist. Sind Sie mit zur Tür gegangen? Nein, ich bin sitzen geblieben. Haben Sie dann verstehen können, was da gesprochen wurde an der Tür? Nein. Aber ich habe dumpf die Stimme hören können und von dem her weiß ich, dass zwischen den beiden auf keinen Fall laut herging, so wie Herr Westermann oder dieser Florian Bundlau das wohl behauptet haben. Wie lange ging denn das Gespräch ungefähr? Zwei, drei Minuten vielleicht. Und dann? Was war dann? Dann kam Justus zurück zu mir an den Frühstückstisch und hat total lachen müssen. Und warum? Na, weil er sich darüber amüsiert hat, dass Ida ihm einen Typen von einer Trennungsagentur ins Haus geschickt hat. Justus war also nicht verärgert und hat auch keine Gläser geschmissen. Nein, ganz im Gegenteil. Justus hat Herrn Westermann so dermaßen komisch nachgemacht, dass wir Tränen gelacht haben. Die Tussi lügt doch wie gedruckt. Also du bist ja nur sauer, weil ich jetzt mit Justus zusammen bin und weil wir auch schon längst was am Laufen hatten, als er offiziell noch mit dir zusammen war. Dann herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Fang mit Justus. Und dass du die Geschichte von gerade so schön auswendig gelernt hast und aufgesagt hast, das ist wirklich beachtlich für jemanden, der nur drei Gehirnzellen im Kopf hat. Frau Oberländer, bitte. Ja, Entschuldigung, aber die zieht doch hier nur eine Show ab. Die erzählt auch diesen Schwachsinn nur, damit die sich bei Justus einschleimen kann und Eindruck machen kann. Die denkt jetzt, hier ist ihre große Stunde gekommen, aber nur damit du nachher nicht weinst oder dich wunderst, Püppi. Du wirst juristisch belangt werden, wenn rauskommt, dass du nur das nachgeplappert hast, was der tolle Justus und dein Papa dir eingetrichtert haben. Also bitte, es reicht jetzt wirklich. Und ich will es kein drittes Mal sagen. Ich möchte keine einzige Beleidigung mehr hören und es ist überhaupt nicht Ihre Aufgabe, Zeugen zu belehren. Das schaffe ich gerade noch. Ich habe wirklich die Wahrheit gesagt. Sie können mir wirklich glauben, Herr Richter. Noch Fragen an die Frau Schwimmel? Keine. Dann bleibt sie ebenso unvereidigt wie der Herr Bundlauer. Danke, Sie dürfen hinten Platz nehmen. Die Zeugen Christina Mayer, bitte. Das glaube ich jetzt nicht. Das darf doch nicht wahr sein, Frau Mayer, die Nachbarin erzählt, die lügen über dich. Frau Mayer, guten Tag. Das ist ja richtig wahr. Nehmen Sie mal bitte hier vorne in der Mitte Platz. Ich muss jetzt zunächst mal belehren, dass Sie als Zeugen hier natürlich die Wahrheit zu sagen haben. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Außerdem, vorsichtshalber, belehre ich Sie, 55, StPO. Sie müssen hier keine Fragen beantworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Christina Mayer, 43 Jahre alt. Sie wollen in München, Sie sind verheiratet. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Hausfrau. Verwandt, verschwäge mit dem Herrn von Eichstätt? Nein. Ich denke, Sie wissen, dem Herrn von Eichstätt Junior wird vorgeworfen, er soll den Herrn Westermann mit einem Stein ins Gesicht geschlagen haben. Jetzt haben Sie sich vor drei Tagen bei der Polizei gemeldet und haben gesagt, dass Sie damals, an dem Tag, als das alles passiert ist, eine Beobachtung gemacht haben. Erzählen Sie doch bitte mal. Ja, also ich bin noch kurz vor Mittag mit meinen Hunden draußen gewesen und da komme ich automatisch immer an dem Grundstück von den Herrn von Eichstätts vorbei und da habe ich hinter der Hecke an den Mülltonnen ein Streitgespräch mitbekommen. Haben Sie da mitbekommen, wer dieses Gespräch geführt hat? Konnten Sie das sehen? Ja, der eine war Florian Bundlau und den anderen Mann, den kannte ich nicht. Ja, aber ist dieser andere Mann vielleicht heute zufällig hier im Gericht anwesend? Ja, es war Martin Westermann, wie ich heute weiß. Das stimmt gar nicht. Konnten Sie verstehen, warum es in dem Streit ging, Frau Meier? Ich glaube, es ging um Drogen. Glauben Sie das oder wissen Sie das? Ich habe das Wort Kokain gehört und anscheinend ging es auch um Geld. Das muss ich jetzt schon ein bisschen genauer haben. Können Sie sich zum Beispiel noch an zusammenhängende Sätze erinnern? Nee, ich habe nur diese beiden Worte verstanden. Bisschen seltsam ist das schon. Frau Meier, ich bitte Sie, dass Herr von Eichstätt eiskalt ist und über Leichen geht, ist mir klar. Aber von Ihnen, das hätte ich nicht erwartet. Frau Bundlau, und ich bitte Sie. Ja, ist doch wahr. Ja, aber meine Mutter hat ja auch recht. Frau Meier, Sie kennen mich doch. Ich habe früher mit Ihrem Sohn zusammengespielt. Warum erzählen Sie solche Lügen über mich? Herr Bundlau, Sie sind doch auch nicht dran gerade. Lassen Sie sich davon nicht beeindrucken, Frau Meier. Die beiden ziehen halt die letzte Möglichkeit und ihre Show ab. Was soll man auch von einer Frau erwarten, die putzen geht? Und der Sohn ist genau... Ach, was hat sie kaum gehört. Das sind ja halt so. Der Sohn ist genauso wenig zu irgendwas zu gebrauchen. Herr von Eichstätt, Herr von Eichstätt, der Staatssatz hat es gerade auf den Punkt gebracht. Das ist nicht zu ertragen. Ich sage dir, das ist nicht zu ertragen, was Sie hier von sich geben. Ja, das ist aber die Wahrheit. Ich kann es nicht glauben, dass Sie hier solche billigen Stammtischparolen von sich geben. Hätten die sich im Leben ein bisschen mehr angestrengt und ein bisschen was getan für ihre Zukunft, dann wären sie jetzt auch nicht da, wo sie jetzt stehen. Ach, jetzt hören Sie auf. Ich will sowas hier absolut nicht mehr hören. Also ich kann es auch nicht mehr hören, weil dann gehöre ich ja wahrscheinlich zu denjenigen, die nichts auf die Reihe gebracht haben. Wie meinen Sie denn das, Frau Meier? Warum brechen Sie denn jetzt in Tränen aus? Weil Sie gelogen haben, Frau Meier. Habe ich recht? Ja. Florian hat recht. Er hat nie das Streitgespräch geführt. Florian, es tut mir so leid. Ich wollte das nicht tun. Wieso haben Sie es dann getan? Wieso haben Sie dann gelogen? Ansgar von Eichstätt hat mir für die Aussage 20.000 Euro gewohnt. Soviel hoffentlich nicht ernst, Frau Meier. Entschuldigung. Also Sie sagen, der Herr Verteidiger hat Sie angehalten, die Unwahrheit zu sagen und hat Ihnen dafür Geld in Aussicht gestellt, oder wie? Wenn Sie für Geld im Sinne seines Sohnes aussagen. Ja, er meinte, Justus ist in eine verstrakte Geschichte geraten. Und wenn er Pech hat, dann wird er verurteilt. Und das wäre natürlich überhaupt nicht gut für die Kanzlei. Und darauf hat er mir das Geld angeboten. Wenn es stimmen sollte, ist es ein Skandal. Das muss ich mir erklären. Aber Frau Meier, Sie und der Mann sind doch vermögend. Warum haben Sie das getan? Es ist alles weg. Durch die Wirtschaftskrise und den Untergang der Bank haben mein Mann und ich alles verloren. Sie müssen sich das vorstellen. Alles, was wir geerbt haben, alles, was mein Mann erarbeitet hat, es ist alles weg. Nur weil wir der amerikanischen Bank vertraut haben. Es kommen jeden Tag neue Rechnungen rein. Sogar das Theaterabot können wir nicht mehr bezahlen. Und das in unseren Kreisen. Das Haus können wir auch nicht mehr halten. Bis jetzt konnten wir es irgendwie geheim halten. Tja, aber Herr von Eichstätt wird davon Wind bekommen haben, ne? Durch seine Seilschaften. Und dann haben Sie versucht, Herr Kollege, sage ich vorsichtig, das Ganze irgendwo für Ihren Sohn sich zunutze zu machen. Das ist eine erbärmliche Lüge. Ich weiß nicht, wovon Frau Meier spricht. Das stimmt. Er wusste ganz genau, dass wir kurz vor dem Ruin standen. Er hat mich nämlich direkt darauf angesprochen. Hätte ich mich doch auf diesen scheußlichen Deal nicht eingelassen. Ich kann seit Nächsten nicht mehr schlafen. Das ist Unsinn. Völliger Unsinn. Naja, also ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach jetzt noch nicht, Herr Kollege. Aber eins ist für mich schon die Frage, warum soll die Zeugin diese Geschichte hier erfinden? Das frage ich mich. Und ob Sie nicht eher damit Recht haben, dass Ihnen, Herr Kollege, jedes Mittel recht wäre, um für ein gutes Urteil für Ihren Sohn zu sorgen. Ich stelle es mir so in den Raum. Vielleicht haben Sie irgendwas Kluges dazu zu sagen. Also wenn dem so ist, dann sage ich Ihnen eins. Dann haben Sie heute etwas getan, dass Sie weiterhin in den Spiegel schauen können. Und wenn dem so ist, dann sage ich Ihnen, dann sind Sie eine Schande für Ihren Berufsstand. Alles andere später. Ich nehme mal an, die Staatsratschaft wird sich das ganz genau ansehen. Gibt es noch Fragen an die Frau Meier? Vielen Dank. Frau Meier, herzlichen Dank. Sie dürfen den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Bundesdienstleidergisterauszug kommt zur Verlesung. Der Angeklagte Justus Ferdinand Ansgar von Eichstätt ist nicht vorbestraft. Weitere Anträge, weitere Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsrat, bitte. Wo ist das Gericht, Herr von Eichstätt? Die Anrede Verteidiger verkneife ich mir. Sie gebührt Ihnen nicht, Herr von Eichstätt. Es war für mich schon ungut, dass Sie überhaupt als Vater Ihres Sohnes hier als Verteidiger angetreten sind. Birgt es doch immer die Gefahr in sich, dass man dem hohen Anspruch, der zu stellen ist, an einen Organ der Rechtspflege nicht gerecht werden könnten, weil sie zu sehr geleitet würden von privaten Motiven. Es mag Kollegen geben, die diesen Spagat hinbekommen. Sie, Herr von Eichstätt, haben ganz klar versagt. Und so wie es aussieht, sogar vorsätzlich. Wenn die Vorwürfe von Frau Meier wirklich zutreffen sollten, dann brauche ich Ihnen als gestandenen Rechtsanwalt nicht zu sagen, welche weitreichenden Konsequenzen das für Sie haben kann. Die Anklage jedenfalls trifft voll und ganz zu. Da kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen und mich beziehen auf die glaubhaften Angaben des Geschädigten und des Zeugen Bundlau. Vielleicht zu dem Junior noch ein paar Worte meinerseits. Sie haben das vorhin eingangs so schön gesagt. Sie glauben an Gerechtigkeit. Es muss doch für Sie eine Genugtuung, eine Befriedigung sein, heute hier erleben zu dürfen, dass man mit Geld ein falsches Urteil nicht erkaufen kann. Bei einer vorgesehenen Mindestfreiheitsstraf von sechs Monaten halte ich hier aufgrund der schrecklichen Verletzungen eine Freiheitsstraf von eineinhalb Jahren für Tat und Schuld angemessen. Bewährung halte ich hier für schwierig und gerade noch möglich, auch wenn ich das Selbst- und Rechtsverständnis des Angeklagten hier für absolut verkorkst halte. Vielen Dank. Danke, Herr Staatswahl. Herr Verteidiger, bitte. Tja. Hohes Gericht. Nichts als eine einzige große Verschwörung haben wir heute erlebt. Eine junge Frau, die aus verschmähter Liebe sich rächen will und das Gericht nach Strich und Faden belügt. Zwei Drogenhändler, die einen Streit austragen, die selber miteinander Streit gehabt haben und sich an meinem Sohn, an meinem unschuldigen Sohn bereichern wollen. Das nenne ich kriminell. Aber da gibt es noch eine Frau, die ist so was von abgestürzt. So was von am Ende, dass sie sich dafür bezahlen lässt. Eine wahrheitsgemäße Aussage hier zu widerrufen. Bezahlen von wem? Ich habe keine Ahnung, Herr Kollege. Aber Fakt ist doch ganz einfach das, dass sie mich auch noch beleidigt hat. Ein ehrenwertes Organ der Rechtspflege verleumdet und beleidigt. Insgesamt muss man doch feststellen, dass es sich hier ganz eindeutig um einen Komplott handelt. In diesem Sinne ist mein Sohn hier und heute auf jeden Fall frei zu sprechen. Danke. Dankeschön, Herr Verteidiger. Ja, Herr von Eichstätt Junior als Angeklagter. Können Sie auch noch was sagen? Sie können sich selbst verteidigen. Sie haben auch das letzte Wort. Ich habe den Westermann mit dem Stein nicht geschlagen und aus. Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Also Entschuldigung, wer so vermöbelt wird, der sagt doch, wer es wirklich war, wenn er den wahren Täter kennt. Es sei denn, er hat nach wie vor Angst vor dem oder er will andere Straftaten verdecken. Und natürlich könnte man daran denken, dass die beiden, Herr Bundlau, irgendwas mit Drogen am Hut haben. Aber Entschuldigung, wir haben Tests, die klar sagen, beide konsumieren keine Drogen. Und die Tatsache, dass ihm bei der Polizei, bei der Aussage, was aus dem Geldbeutel fällt, spricht eher dafür, dass es gar nicht gewusst hat. Sonst wäre er so dumm, ja nun wirklich auch nicht, der Herr Bundlau. Und die Frau Oberländer, die hat uns gesagt, dass sie in dem Moment, als der Herr Westermann zurückkam, den Herr Bundlau noch auf dem Balkon des kleinen Hauses hier gesehen hat, also Entschuldigung, wenn er nicht fliegen kann, dann hat er nichts getan. Und der Herr Bundlau selbst, der hat doch auch gesehen, wie der Angeklagte, nachdem der Herr Westermann bei ihm war, im Haus getobt und sogar Gläser zerscheppert hat. Und die Frau Mayer verstehe ihre Argumentation nicht ganz. Die revidiert hier ihre Aussage, aber das ist doch kein Komplott. Im Gegenteil, die hat erst in dem Moment ihre Aussage revidiert, wo sie festgestellt hat, dass ihr Sohn alle beleidigt hat, die nicht so glänzend dastehen wie er selbst und seine Eltern. Wobei ich mich schon frage, was hat er selber dazu eigentlich bisher geleistet. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich bin überzeugt, Sie waren das. Und das ist alles andere als eine Kleinigkeit. Das ist Ausdruck einer ganz gravierenden Brutalität, die Sie da an den Tag gelegt haben. Sie als Jurastudent müssten noch mehr als andere eigentlich wissen, worum es dabei geht und müssten sich im Griff haben. Und ich meine nur, da hat der Staatsanwalt schon völlig recht, weil Sie bisher nicht vorbestraft sind, kann man hier mit Mühe und Not eine Strafe gerade noch zur Bewährung aussetzen. Dann verkünde ich folgenden Bewährungsbeschluss. Erstens, die Bewährungszeit dauert drei Jahre. Zweitens, als Student wissen Sie das sicherlich, es ergibt sich aus dem Gesetz, der Angeklagte wird während des Laufes der Bewährungszeit einem Bewährungshelfer unterstellt. Drittens, dem Angeklagten wird auferlegt, an 120 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Eine Geldauflage würden Sie mit links zahlen, wahrscheinlich würde es der Herr Papa zahlen. Sie sollen ruhig mal ein bisschen arbeiten. Ob Sie jemals im juristischen Beruf arbeiten können, wage ich sowieso zu bezweifeln. Denn ob Sie überhaupt mit der Vorstrafe zur Prüfung zugelassen werden, das bezweifle ich sehr stark. Ja, nachdenken sollten Sie ein bisschen bei der Arbeit. Und zwar, ob wirklich die Spreu vom Weizen sich dadurch trennt, dass die Eltern so viel Geld haben, dass man selbst die Nase richtig hochtragen muss, um drin nicht zu ertrinken. Oder ob sich die Spreu nicht eher dadurch vom Weizen trennt, dass man etwas für die Allgemeinheit Sinnvolles tut. Und eine wunderbare Umgebung für solche Meditationen ist aus meiner Sicht das Lehren von Bettpfannen in einem Altersheim. Und ich meine, 120 Stunden müssten auch bei Ihnen dafür ausreichend sein. Gegen das Urteil können Sie noch innerhalb einer Woche Berufung oder Vision einlegen. Ich meine aber, Sie können ja eigentlich gar nicht enttäuscht sein von diesem Urteil. Sie haben doch selbst vorher gesagt, Sie glauben an die Urteilskraft des Gerichts. Dann wissen Sie, dass das Urteil richtig ist. Und Sie glauben an Gerechtigkeit. Das tue ich übrigens auch. Und deswegen bin ich umso allergischer, wenn jemand versucht, dieses Recht zu verbiegen. Wenn man nicht einen Papa an der Seite hat, der einem das ganz hässlich vormacht, kann eigentlich kein guter Jurist daraus werden. Und wenn man dann noch versucht, alle anderen für dumm zu verkaufen, indem man das Recht kauft, dann ist bei mir, ehrlich gesagt, Herr von Eichstätt, der Ofen aus. Sie haben auf einen der dümmsten Sprüche vertraut, den ich in Bezug auf Juristerei und Gerichte überhaupt kenne, nämlich diesen Spruch, die Großen lässt man laufen, die Kleinen hängt man auf. Und wenn man seine Aufgabe als Organ der Rechtspflege nur im Ansatz ernst nimmt, dann muss man es genau anders sehen. Dann muss man täglich danach streben, dass man die Unschuldigen laufen lässt und die Schuldigen am Kragen packt. Das habe ich nun heute hier getan. Und ich hoffe, allen anderen wenigstens wird klar, dass das unabhängig davon ist, ob jemand groß oder klein oder arm oder reich ist. Nachdem Sie das nicht verstehen, Herr von Eichstätt, oder nicht verstehen wollen, möchte ich Sie hier nie wiedersehen. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Ansgar von Eichstätt wurde wegen Anstiftung zur falschen Verdächtigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr mit Bewährung sowie einem Berufsverbot für die Verteidigung in Strafsachen von einem Jahr verurteilt. Christina Mayer wurde wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro, also insgesamt 1.800 Euro verurteilt. Berenike Schönborn wurde wegen versuchter Strafvereitelung und uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten mit Bewährung verurteilt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017